so freunde willkommen zu einer weiteren ausgabe wissenswertes aus der woche da ich dieses video jetzt aufnehmen heißt dass ich bin nicht in berlin gewesen nicht zum pokalfinale leipzig gegen frankfurt war fürs krank geworden und dann konnten wir leider nicht für ihn jetzt natürlich als leipzig fan umso ärgerlicher dass leipzig dann gestern gewonnen hat interessant gewesen ja aber steckste nicht drin ist ist halt unglücklich aber das nächste mal müssen wir gucken machen wir waren auch nicht zu 100 prozent vorbereitet ja also wir hätten man hätte es machen können wenn wir da irgendwo in einem hotel gepennt hätten aber das haben wir nicht von vornherein in betracht gezogen es war immer so wir fahren danach nach hause dass wir so drei oder vier wo morgens dann bei ihm sind ja aber schon gesagt nächste mal müssen wir irgendwo wenn wir sowas machen eine übernachtungsmöglichkeit irgendwie ein plan anpeilen und ja machst du nix ja aber an der stelle dann glückwunsch noch mal an an marf dass leipzig den pokal gewonnen hat hast pech gehabt wäre es immer hingefahren wäre es mal nicht krank geworden nein alles gut ja ich habe auch gesagt ich bin nicht böse alles alles in ordnung ja jetzt können wir dieses video machen und wir schauen uns erstmal wieder alles an was wir aktuell so haben und fangen einfach mal hier unten an mit den angeboten das ist ein angebot das brauche ich nicht brauche wieder feile juwelen brauche ich aber das der rest lohnt sich nicht für mich das sowieso nicht ne ne würde ich eventuell holen wenn ich noch nichts gekriegt hätte und noch mal beschweren wollen würde also wir machen noch eine kleine beschwörung ja aber nicht nicht dass ich das ja noch extra dazu holen möchte das ist tatsächlich ziemlich interessant die münzen sind da fernrohr und der blaue man sieht ich kann in anführungsstrichen nur zwei limit briten in blau hier haben ein paar ja da würden sich die lila nennen die die finger nachlecken die kommen ja sehr selten fernrohre haben wir auch elf also die beiden sachen wenn jetzt nicht gravierend wichtig er auch nicht wird sind erste linie jetzt aktuell primär um die münzen gehen aber im blau habe ich natürlich wenn ich jetzt meine teams verwässern will viele supporter die ich limit briten würde also ariel ähm sogar sorrow ähm aino azurite würde als nächstes gelevelt werden in blau und das wäre auch nicht schnell ich hätte genug möglichkeiten da was da die limit breaker einzusetzen aber da ich das das jetzt hier nochmal gekauft habe vor der aufnahme wird das wahrscheinlich weg das ist entweder oder nicht zwei von den dingen an einem tag das das mache ich dann auch nicht deswegen verfällt das wohl im ausschlussprinzip ja so hier jahre zehn enden tatsächlich habe ich das vorhin einmal aus spaß gemacht aber da war die die quest wahrscheinlich noch nicht noch nicht natürlich auch mal machen so aha sehr gut haben wir sogar noch eine kiste jetzt gemacht hier okay 2000 werden wir nicht mehr voll kriegen wie lange gehst du noch 22 stunden das heißt dass wir wollen nicht einmal das abgeschlossen hier neue kiste werden wir nicht aufkriegen also ist das egal ja was haben wir hier tapferkeit genau das turm habe ich noch nicht abgeschlossen da ich noch nicht weiß wann das video kommt zum turm entweder kommt es oder nach diesem video dann sehen wir das dass das das resultat was haben wir hier ach so den ja der ist auch meistens uninteressant man wird er hat mich im pvp zerstört da kann ich gleich mal zeigen und das auch uninteressant jedenfalls das auch und hier habe ich einmal schon die gelben gekauft weil da habe ich echt wenig und ich habe ein paar helden vor zu limit breaking in gelb deswegen habe ich mir das einmal jetzt geholt auch weil ich ja hier dass das geht sogar aber es ist auch relativ im verhältnis zu den anderen ist das relativ ich komme hier 96 103 106 und dann kommen 66 lila dann brauchen wir gar nicht gucken sind sowieso immer murks ne und hier habe ich halt auch da waren 73 auch 139 guck mal 120 171 ja gefühlt ist dann gelb irgendwie doch sehr auch sehr bescheiden nennen wir es mal bescheiden deswegen da mal so die zwölf euro mal mit geben und das so ein bisschen ein bisschen beschleunigen sag ich mal dann schon okay vor allem ich finde das ist halt eins oder für mich persönlich ist das so mein lieblings etha angebot das ist nicht so teuer und man kriegt halt von jedem etwas dabei den treiber kriegt man auch noch drauf deswegen dass das ist immer mal gar nicht mal so schlecht gut das waren die angebote nahrung sammeln können wir mal eben machen dann können wir auch mal eben update geben zu der grünen oma grüne oma ist soweit ich habe auch tatsächlich mein grifix team umgestellt man hat mal ein paar durchläufe hier mitgemacht ist auch ganz interessant weil sie boostet mana ein 30 prozent für zwei züge so das heißt sie kriege ich ja relativ zügig an und wenn sie dann boostet und ich dann zum beispiel lila match mache dann kriegen die lilanen natürlich mehr das heißt ich brauche weniger lila steine auf dem board müsste halt sechs grüne haben um sie anzukriegen und danach dann die lilanen spielen und dann diesen boost aus ausnutzen zu können wenn ludwig an ist und sein mana boost gibt und sie auch noch und ihren mana boost auch noch gibt dann sind die teilweise schon nicht erst im dritten zug oder sowas dann voll geladen sondern schon im zweiten also das geht auch alles ein bisschen fixer ist noch ist noch in der mache das ist natürlich für equalizer absolut kein team deswegen kann ich da noch ein bisschen rum testen aber ja warum nicht wenn dann ludwig noch den zweiten den zweiten limit break hat und den spot von anfang an hat habe ich ja sogar noch ein bisschen zeit eventuell also das ist ein team was eventuell doch starke konturen annimmt gut warum ist er noch drin weil er auch noch den limit break kriegt das ist der plan gut die können wir einsammeln das warte mal machen das mal so und so ich habe ein paar truppenbeschwörungen so zwischendurch gemacht ich hatte vorher ich glaube 60 münzen ich habe die aber immer noch nicht gekriegt die die anderen 40 hebe ich da jetzt auf wer weiß ich lebele im moment keine truppen wer weiß für schlechte zeiten irgendwann mal als da irgendwas sein sollte können wir das können wir das dann machen okay dann fangen wir an mit dem was ich gekriegt habe das ist auch wieder sehr überschaubar deswegen geht das relativ zügig das war eine elementare kiste die war sehr geil mit ringen und einem alpha eter also da war ich sehr sehr überrascht aber die letzten sechs sieben elementar kisten war gar nichts und dann kamen die daher also das war das war schon ganz ganz nett dann 20 wappen aus der mythischen vision und dann kommt auch schon tatsächlich turnier ja also es hat sich alle sehr sehr im rahmen gehalten diese woche an 3172 top 1 prozent und drei drei sterne etab und 50 emblemen die will ich nicht unterschlagen aber das war fand ich schon ein bisschen frech aber ich hatte ja eigentlich immer so oder das ist ja immer so dass er die die annahme so eine kriegskiste die braucht ja so ein bisschen bis es geht ja über wochen also kann da auch was geiles mal drin sein aber dann dann hast du deine kriege kriegspunkte das sage ich mal endlich zusammen und dann kriegst du so ein murks das ist halt gemein ja nennen wir es mal so also ziemlich schade naja machst du nix ist halt so steckst du nicht hinter so wir sammeln ein ach schade immer noch nicht also hier kommt kein material mehr raus so kein vier sterne material feile das ist okay haben wir jetzt ja zehn das ist gut oh das ist gut wie viel haben wir denn von den anderen warte mal eben fünf ey 16 16 das ist okay 30 ringe ey jung also müssen wir noch umwandeln hier 1,2 oh 300 1,1 1,2 ja das ist natürlich doof dass ausgerechnet zwei kommen wo ich sowieso viel von habe aber naja also alka charts haben wir auch das haben wir das haben wir das haben wir ach ja genau das wollte ich nochmal einmal zeigen hier das war johnny coxsock alle doppelt gelimit braked er hat mich halt er hat mich echt gebumst also das aber das muss er ja sagen nachdem er gefeuert hat ja das waren dann ich habe tatsächlich ah deswegen war der eine weg er hat die zufälligen einer von den zufälligen ging auf den anderen zufälligen oder auf das ziel was markiert worden war weil ich habe nur zwei raketen gehabt das war natürlich auch ein ding ach deswegen war deswegen war annabel sofort tot die hat wahrscheinlich zweimal die rakete abgekriegt das war ja auch so ein ding da habe ich mir auch gedacht junge die hat 1300 leben sogar einen tacken überleben und ist direkt weg jedenfalls war das natürlich dann auch unglücklich topaz hat das auch abgekriegt die rakete und danach in der nächsten runde zwei autotexte und war tot dann habe ich natürlich nochmal den schaden dazu gekriegt dann hat hier herteferes ausgelöst ich war blind und jova hat mich gekillt anubis habe ich ohne probleme weggekriegt aber der rest da hast du dann trotzdem gesehen sechs steine hilft dir dann auch nicht wenn du ich habe die sechs steine gekriegt habe damit mit nemesis anubis und mit einer topaz anubis gekillt weil anubis hat ja hier das hier hat er ein bisschen länger ausgehalten sehr sehr undankbar sonst wäre er mit nemesis weg gewesen ja der rest brauchen wir nicht drüber reden die die knallen halt ordentlich rein ja machst du nix haben wir hier irgendwelche warte mal hier habe ich da mit da mit gespielt hier genau da habe ich das schon mal getestet das team da war jetzt da war jetzt kein übergegner oder sowas ne aber zum testen hat das eigentlich äh ganz gut funktioniert so was war das ich habe viel mit dem dem grünen gespielt mendoza ne da haben wir da mit gespielt den ninjas gespielt ich habe aber eigentlich noch ein bisschen achso ne das ist er grünerischer überfall eine vergeltung hier und die panther wo habe ich denn mit dem ging es nochmal gespielt ich habe äh in letzter zeit viel verschieden also meine ganzen teams immer mal wieder unterschiedlich getestet ne war nicht mehr drin hier sind noch zwei ah da genau da hatten wir noch kirill und sobek drin er war jetzt auch kein kein überteam ist klar aber sind ja auch noch nicht komplett fertig ne aber ja ja mit dem mana boost von von der von der grünen ninja tante wird es glaube ich noch einen tacken interessanter werden ich bin gespannt so gucken wir rein im Moment läuft es ja mit den defensiven das war ja gut ne ich glaube die letzten der letzten fünf oder sowas waren wir nicht schlechter als B tatsächlich so oder blutiger kampf keine heilung keine wiederauferstehung vier sterne das ist schön da habe ich schon ein paar möglichkeiten rot ist ah rot ist nicht dabei das ist schade okay rot ist nicht dabei schön mit grün genau ich sage gleich was dazu vielleicht werden wir mit dem mal ein bisschen spielen wenn es dann soweit ist so lila gibt es ja gar nicht so viele geile tatsächlich in vielen Jahren vier sterne deswegen werde ich da mit zwei mit zwei gelben spielen weil wenn man mal guckt da sind jetzt so hier da haben wir lila hier haben wir lila da ist lila und das war es dann im Endeffekt von den von den geilen lila dann schon ne das ist ja alles keine eine game changer bei den vier sternen so rot ist gesperrt das heißt natürlich grün wäre nicht schlecht irgendwie was und da ist halt die variante entweder franz oder katmon bei mir jetzt in dem fall ich gehe mit katmon weil er halt gelimit breakt ist zweifache kostüm und extrem stark ist gibt keine boni ne falls da irgendwie was ist dann haben wir die beiden gelben anastasia ist overpowered in dem modus weil sie halt sehr schnell ihre lakaien macht und bei blutiger kampf brauchen wir lakaien da müssen wir nicht drüber reden bei dem zweiten macht sie halt dann enorm viel schaden und feinde aber die sind halt auch relativ zügig immer geladen diese magier helden waddles auf der anderen seite ja brauchen wir auch nicht drüber reden schneller sniper außen immer gut der dann noch mana kontrolle macht wenn du nicht auslösen kannst oder der dann voll ist dann springt das rüber angesehen das hat mich einmal ein match gekostet weil er genau auf den helden gegangen ist der hätte heilen können ich glaube es war ein heiler oder jemand hätte killen können und dann hätte es gut ausgesehen und dadurch dass er dann genau den getroffen hat haben wir dann halt sogar tatsächlich am ende den kampf verloren genau deswegen ähm er kann nicht wieder auferstehen ja ist okay das äh das passt schon aber ich hoffe einfach mal dass er genauso zielgenau ist wie der waddles gegen den ich dann da verloren habe und dann haben wir zwei blaue so warum zwei blaue er ist schnell ist ein dicker sniper und macht minions für sich und benachbarte also nicht nur für sich das ist ganz gut diese way soldaten entfernen alle bannbaren boni also wenn da irgendwas schönes ist was wir dann wegnehmen können kann ich jetzt auch nicht wieder auferstehen auch nicht schlimm und warum sonja jetzt umgezogen im kostüm weil sie druiden ist und dieser druide ähm dieser dieser dornlakae der ist halt enorm stark und nach erhalt von schaden das heißt wenn der gegner mit minions kommt und so minion auf sonja geht dann kann sie schon getriggert werden für den dornlakaein und wenn eine sonja da hinten mit drei dornlakaein steht und du deine sniper im angriff nicht mehr hast oder deine angreifenden helden sondern sie dann mit steinen killen müsstest schaffst du das nicht wenn die da drei dornlakaein hat bis bis du da den schaden bis du da vielleicht einen lakaein weg hast ist die schon wieder ein neuer getriggert worden und sie löst dann auch aus also sie ist enorm schwer wegzukriegen wenn man sie nicht mit specials vorher rausballert also das schon mal extrem wichtig ähm mangel an alternativen asmia halt brauche ich nicht franz könnte man stellen aber ähm ja gut den könnte man theoretisch stellen ja aber für wen ich habe halt hier meine minion macher das ist so mein trumpf und cat und cat man nehme ich nicht raus für franz also bleibt franz draußen langsame und mittlere helden sind ja auch nicht schlecht bei drei sterne und vier sterne turnieren ja weil wir nicht die mana truppen haben und unsere helden gegebenenfalls mit sechs steinen oder sieben steinen voll haben sondern wir brauchen dann hier wirklich den ganzen weg von neun steinen teilweise deswegen sind langsame gehelden gar nicht mal so schlecht ähm warum gehen wir mit minions rein weil zum beispiel ein gormick nicht am start ist in diesem turnier weil rot gesperrt ist das kostüm von gormick kann uns nicht gefährlich werden der einzige der uns hier gefährlich wird ist der diamanten hauptmann und gobbler sonst fällt mir jetzt spontan keiner ein außer irgendeiner von den neuen vier sterne keine ahnung weiß ich nicht aber da gibt es halt nicht mehr so viele und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute sache wäre rot dabei gewesen hätte ich natürlich auch meinen roten asiatischen freund dahingestellt der mit den brand minions der ist natürlich dann auch ganz geil aber ich denke mal so können wir da gut ruhig reingehen jetzt müssten wir hier nochmal eben gucken willst du die angreifende truppe oder die defensive truppe da du außen stehst mit den druinen noch mehr defensive wäre natürlich hart dann ist die noch schwerer wegzukriegen machen wir mal hier machen wir bei waddles eine angreifende truppe du hast die defensiv truppe das ist gut du ja du machst ja nicht ja du machst eigentlich schon einen schaden aber du sollst auch mal da überleben und du ähm hast da so so mittel ding ja das lassen wir auch so tatsächlich ja jo muss ich sagen so können wir reingehen also defensive mit minions machen ja ähm und dann einfach mal gucken also minions werden trumpf sein weil die halt zusätzlich noch leben geben können wir das auch so lassen ja und dann gucken wir nochmal äh das portal rein vielleicht kriegen wir eine monat zählen das wäre ja ganz nett dann nochmal die 10 Münzen beziehungsweise 12 äh Beschwörungen haben wir jetzt noch und vielleicht haben wir nachher noch Glück von denen kannst du ja echt nicht genug haben von den Ninjas ne die sind ja echt gut also ich würde auch 6 Teams nur mit Ninjas irgendwie machen wenn ich wenn ich könnte ohne mit der Wimper zu zucken also deswegen oh schön Skar Gremare ist da sehr gut oh dann brauche ich also natürlich ähm könnte ich jetzt hier noch weiter dann äh mit Diamanten beschwören und sowas alles aber wir haben ja am Ende des Monats auch schon den Magiaturm und da würde ich mich möglich jetzt schon auch fast drauf vorbereiten wollen ok einen Onyx würde ich auch noch nehmen ne also so der ist auch ziemlich geil mit 6 Steinen so eine Bonientfernung da reindrücken das ist auch teilweise echt wertvoll und Immunität natürlich dann auch noch ne also das ist ja nicht nur Bonientfernung sondern auch noch Immunität geben dieser Oni Wakamaru ne das ist eigentlich so mein den würde ich schon sehr sehr gerne haben tatsächlich aber es sieht jetzt nicht danach aus dass wir hier noch was geiles kriegen ok ok warte mal wie weit sind wir hier ok ok das ist natürlich dann was hier in sie alles reingeht ne ich weiß gar nicht wo die Trainer herkommen wenn ich ehrlich bin achso doch die kamen von von Dingens ähm ach sag schon von der Emblem Quest glaube ich zum Beispiel aber versteckt er sich da ist er so machen wir das mal eben und ihn safen wir sehr gut ok gut ähm na komm eine 10er machen wir noch weil es die Ninjas sind aber nur weil es die Ninjas sind dann bin ich aber auch fertig mit dem eventuell noch ne einzelbeschwörung ich weiß nicht wie viel ähm Münzen wir noch äh Ding durch den durch den Turm vielleicht kann man da noch irgendwie eine Einzelbeschwörung machen oder sowas das sehen wir dann aber ich glaub die 10er hätte ich mir sparen können ah ok schade oh he he Soul Exchange da ist er wieder der nächste Soul Exchanger wird kommen und Kargan ist dabei kann ich mich nicht beschweren also schon aber wir haben jetzt 22 gemacht und haben zwei Fünfer gekriegt ist vom Schnitt her in Ordnung aber sind wir durch der Rest wird jetzt gespart für das was da kommt machen wir das hier nochmal eben machen wir die nochmal eben weg hier gut ok ja wie gesagt sie ist das nächste Ziel dann gucken wir dass wir äh vielleicht die machen wir den ganzen Weg ja also Limit Break und auch den zweifachen Limit Break tatsächlich die ist extrem gut extrem gut ok gut dann äh würde ich sagen war es das Freunde vielen Dank fürs Zuschauen und dann achso warte ich werde noch mal eben einmal ganz kurz sonst mal einen PvP machen vielleicht ähm das bahnt sich nie sagen vielleicht machen wir doch keinen Angriff was nicht optimal aber wir versuchen das mal wir jetzt mal einmal vorführen wie das funktioniert kann ich hoffe jetzt spielt das auch ein bisschen mit hier das Spiel ok erstmal ist die Suche nach den Grünen so hier ja künzt gar nicht ne meiner Ratterich jetzt habe ich natürlich kein direktes lila Match was wir machen können den gehen wir mal hier hin na jetzt schauen wir mal ein bisschen wurde geboostet ach ich wollte sie eigentlich hatte ich nicht vor sie zu triggern bin ich ehrlich ach jetzt kill mir nicht den Ludwig ach haben wir Alter ja gut dann haben wir es jetzt das ist halt jetzt wieder unglücklich ne können wir jetzt nicht ich kann ja genau das nicht zeigen was ich zeigen wollte nämlich mit ihr und mit Ludwig die ähm die das ganze Mana gedöhnt was wir da haben zu machen das gönnt er jetzt natürlich nicht ist jetzt sehr ärgerlich aber im Endeffekt ähm haben wir jetzt dadurch keine Chance mehr weil jetzt äh Bongalach dann anzukriegen die ganze Zeit das ist äh extrem schwierig der wird sich jetzt auch selber killen aber das war schön für den Vorführeffekt mal wieder er hat sich jetzt sogar revivet das war ganz nett ja wir wir triggern halt zum zum Tode ne das ist halt Wahnsinn Ruby löst sich permanent in der ersten Aufladung aus Gott war sowieso schon für den Arsch weil die beiden die wichtig waren aufgegangen sind die sind ja auch noch nicht fertig ne also schade dass man es nicht vielleicht können wir nochmal eben vielleicht nehmen wir mal eben jetzt hier ein Friendly Match ich will das einmal zeigen er hat die selber da drin deswegen nicht hier machen wir gegen Ragi geht mir jetzt ich will ich will nur einmal dieses Szenario kreieren das ist natürlich sowohl für Lila als auch für Grün bescheiden dieses Board falls wir da überhaupt selbst sie ankriegen wäre es wäre schon fast ein Wunder ok jetzt könnte ich jetzt mache ich sie mal an jetzt haben wir hier die jetzt müsste Kongalach schon am Start sein so das ist ja schon mal gut das Problem ist da ist jetzt natürlich die Deckung ja da macht er dann gar keinen Schaden war ja in Ordnung so Szenario nicht geglückt er hat jetzt auch noch einen Slowdown drauf also es läuft natürlich alles dann auch mal wieder wenn man es wenn man es mal zeigen will läuft es natürlich alles wieder scheiße hat sie nicht gelohnt das zu zeigen mal hier ja nehmen wir mal Hurricane das kann ja nicht sein dass das mal wieder gar nicht funktioniert mit dem zeigen so weil wir da den grünen Diamanten kaputt gemacht ist aber nicht schlimm ja dann triggert doch nicht so viel jetzt so ja sehr einfach gehalten dieses Board hier wieder mal das sind aber auch auch nur nur wieder Dreck was ich kriege ne aber irgendwie läuft schon wieder extrem gut also der 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 Preview hier zu zum Krieg ist on fire ne das wird das wird wieder richtig geil werden glaube ich aha so da kam ja jetzt mal was so okay so das ist jetzt so eine Sache da sag ich okay das war in Ordnung natürlich jetzt volle Lotte auf die Mitte ganz so geil so wir haben den Mana Boost wir haben jetzt da auch mal ein lila Match so und jetzt haben wir nämlich X0 dann an dann geht das auch einigermaßen so und wenn die dann einmal an sind jetzt sehen wir gleich jetzt gibt es ja hier einen doppelten Boost zack und zack und jetzt sind wir halt in der Position wo es halt dann pluppt da muss man immer mal so gucken dass man vielleicht dann nicht genau dahin spielt wo der dann auslösen könnte sondern mal links oder rechts spielt ne so dann erstmal wieder Mana drosseln dann Kongalach feuern er gibt ja auch noch Mana an Benachbarte das heißt sie ist jetzt auch wieder am Start weil jetzt sehen wir das war jetzt der ist fast voll geworden und das waren halt im Endeffekt 83% die er hätte nur machen müssen oder sollen weiß das 98% oder sowas hilft jetzt nicht weil die jetzt nicht direkt auslösen können aber er ist halt deutlich mehr und das ist halt in dem Fall die schöne Sache zwischen den beiden das Problem was ich halt habe mit Kongalach ist das übliche der feuert halt random durch die Gegend aber man sieht halt dass dann nicht mehr viel passiert auch wenn das Board da ein bisschen bescheiden ist wir können ja dann außen rum spielen wir haben ja auch noch die Steine von ihm das funktioniert dann wenn das Team einmal an ist Kongalach ist natürlich dann auch super falls dann da mal ein Ludwig auslöst auslöst dann geht mir mal ja doch mit Bastard ist auch okay ich spiele das natürlich jetzt hier alles ja ein bisschen ein bisschen schneller als jetzt normalen Krieg möge es mir verzeihen das ist für mich jetzt so ein normales Board gewesen mit ein bisschen Glück dass wir dann auch unsere Steine gekriegt haben er ist voll machen wir an sie können wir rein theoretisch auch an machen gehen wir mal hier hinten hin jetzt haben die natürlich den Dodge der Dodge ist natürlich jetzt nicht so cool weil dem können die jetzt ausweichen aber man hat jetzt gesehen guck mal hier Jovo und Anne die haben jetzt gar nichts mehr dann können wir da auch hinfeuern können wir hier das mal doppelt machen oder so und so viel wollte ich jetzt nicht unbedingt im Bastard reinspielen aber ist okay und da sie natürlich jetzt auch noch übersteigendes Leben macht ist das natürlich ganz geil in Kombination mit Xnolfot der heilt ja relativ viel so Mana wieder komplett weg machen wir das hier auch wieder an Kongalach an und geben hier auch noch mit Xnolfot einen kleinen Mana Boost mit so und dann ist das im Endeffekt sehr zügig dann durch und ich kann halt das ist das Schöne ich kann halt frei spielen so wie ich will ich kann halt gucken hier könnte jetzt eventuell was kommen also spielen wir einfach mal die blauen unter Jove weil ich weiß Gryphix ist ja auch gleich wieder am Start das Team hat natürlich seine Tücken ja klar hat jedes Team aber ich denke es ist durch die grüne Ninja Frau ein bisschen angenehmer geworden mit dem Mana Boost und man darf ja auch jetzt nicht vergessen dieses Team kriegt hier einen doppelten Limit Break kriegt hier noch einen Limit Break und kriegt hier einen doppelten Limit Break das heißt die sind dann auch noch ein bisschen stärker können vielleicht nur das ein oder andere aushalten dass sie dann nicht so wie gerade dann drauf gehen ja und der Vorteil ist ich hätte halt von Anfang an hier einen Spot so dass ich gegebenenfalls dann auch sagen kann jo ich habe jetzt drei Züge Zeit dieses Drecksport irgendwie zu bewegen und kann erstmal so viel wie ich will zum Beispiel den Aramiss spielen weil der dann halt nur Ludwig trifft und dementsprechend nicht so viel heilt so das wäre so ein Ding ja gut werden wir sehen werden wir sehen wie es läuft ich bin gespannt wir sehen uns dann ich hoffe heute spielt das Internet mit die ganze Woche über kein Disconnect gehabt es kann sein dass das jetzt am Sonntag ja wieder knifflig wird ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht warum auch immer wenn bis wenn ich mich bis ich sage mal halb fünf nicht gemeldet habe über YouTube irgendwie mit einem Beitrag findet der Livestream statt dann gucken wir einfach mal wie wir es dann machen und ich hoffe es funktioniert alles aber ich gehe davon aus das wird schon also vielen Dank fürs Zuschauen bis später wir sehen uns macht's gut ciao ciao ein